Oh fuck NEIN Warum legt der denn noch, Alter? Ich hab ihm vier Kopfschüsse mit der Schuhe aufgegeben, das gibt's gar nicht Tja, ich komme Ja, chill, chill Fangen wir mit dem Sniper bei mir Sniper kommt, Sniper kommt Ja, das ist der Boss Warte, ich schmeiß gleich mein Geschütz So ein Schild ist down Ja, geh halt um das Eck rum Alter, ich bin down Scheiße Weil er nicht hinter Deckung gehen wollte Aber da müsste sehr, sehr low sein Sehr schön Ah Cool Wir haben's überstanden, deswegen Stufenausstieg? Ne, dadurch, dass ich gestorben bin gerade nicht Was haben wir denn gekriegt? Was, wenn nicht irgendwas brauchbares? Ja, in der Dingkäste wieder Ja, das ist durch den Stufenausstieg Ja, das ist durch den Stufenausstieg Ja, dadurch, dass ich mir ne Maske mal getraftet hab, die ist besser als alles, was ich hier bisher krieg Und dann muss ich dir eine andere Sitzposition suchen, das ist umgesund Und dann muss ich dir eine andere Sitzposition suchen Die ist besser als meine Die ist besser als meine Als meine Ding Alles zurück, was ich gesagt hab Was war denn nochmal die Abkürzung Das eine sind wieviel Shows du hast Und dann das andere sind wieviel SPM Und Magazin Größe Okay Vielleicht die CR Magazine Größe Ja, da muss ich mir nochmal Muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen So So Wo bist denn du hin? Bist du schon weit oder hast? Ja Da muss ich lang Ah, da die Treppe hoch wahrscheinlich Okay Warum hast du die Kiste hier unten nicht geplündert? Die Kiste Ach, wie geht die Treppe hoch? Ich weiß nicht, ich weiß nicht Aha Schockmonitionen, ich glaub das ist eine Spezialmonition des SPM So Warte mal, vielleicht liegt hier noch eine Kiste Das würde mich nicht runter Ah, da ist er mal wieder Los, los, raus hier! Das war sicher Wade Schade Okay, können wir da durch? Ne Gehen Sie ins Fernsehstudio und bringen Sie die Kerle ein für allemal zum Schweigen Ja, dann Ja, leg du sie mal ab Ich bin gleich sehr witzig hier Ich bin gleich sehr witzig hier Vorsicht, da gibt es auch noch ein Gelände oben Und sie hier oben Umhüpfen Du laufst sie gerade Na hallo Ja, dasselbe hat sich der eine auch gedacht, das ist hinter mich gegangen Ja, das ist so gut Oh, sehr schön Hast du das, der die Nades da wirft oder was auch immer? Ich hab die Zeit weggerufen, ja Dann werden die Truthsans ausgesperrt und wir können die Kanäle übernehmen Bleiben Sie beim Modul und überwachen Sie die nächste Reset-Sequenz Bleiben Sie beim Modul und überwachen Sie die nächste Reset-Sequenz Ja, das habe ich gefeuchtet Jetzt kommt das, was wir eigentlich beim letzten Bisionsabschnitt schon gefeucht haben Was würde ich meinen, dass du da hochkommst, Alter? Einer ist hochgekommen Wow, shit Ich dachte, ich hätte den Agent erwischt Die rückgern seine Kanäle, sie mir in der eigenen Hand decken wird Ja, ich weiß, dass ich schwer verrundet bin Wenn aber nichts anderes ist Keine Zeit habe ich hier jetzt zu sterben Weg von dem Computer Oh, da sind aber viele oben Weg, weg von dem Computer, weg von dem Computer Nein, oh mein Gott Ja, Kopfschuss Ja, Kopfschuss Ja, Kopfschuss Ja, Kopfschuss Ja, Kopfschuss Ich mache Dort wurden zurückgesetzt oder befinden sich unter SHD-Kontrolle. Unsere Kommunikation steht und die True Suns bekommen nichts mit. Fluktuationen im lokalen Stromnetz erkannt. Kommunikationseinrichtung... Das ist doch schön, wenn man die nichts mitbekommt. Ich sehe zahlreiche Gegner auf dem Dach. Sie bauen rund um den Funkmast EMT Störsender auf. Es ist White. Er versucht den Mast zu sabotieren. Ohne ihn kann niemand von Viewpoint aus senden. Agent, gehen Sie aufs Dach. Sie müssen verhindern, dass er den Mast ausschaut. Ach, da hinten ist auch noch was. Kommt man da hin? Ach, da hoch, oder was? Ne. Echt, ich bin. Elektromagnetische Laten entdeckt. So. Jetzt kommt bestimmt ein gelberer. Schalten Sie sie aus, bevor der Mast zerstört ist. System gedrosselt. Keine Rechte. Okay, gut. Ich glaube, ich muss etwas zu lesen. Strukturelle Integrität bei 75%. Adrian, Sie müssen Weight aushalten. Wir brauchen die Befugung ab. Heinz, bewegte sich hinter der Türke. Mit dem aktiven EMT-Störgerät ist Ihre Schnelltechnologie nutzlos. Schalten Sie es aus. Ohne die Befugung. 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 So. Das wird nicht besser. EIN von der Seite. Was? Strukturelle Integrität bei 50%. Ah, genau. Dann musst du nachladen. Was? Von wo? Oh mein Gott. Von hinten kamen zwei. Oh mein Gott. Kümmer du dich um deine Gesundheit. Hinter dir ist noch einer, hinter dir ist noch einer. Der versteckt sich da wo wir reingekommen sind. Bist du wieder da oder? Nö. Sie hätten nicht gesehen, du spast. So. Das EMP ist down. Ooooooh! Oh shit, ich bin verletztet. Oh. Bist du? Der Weg für dich. Ja. Ja. Scheiße. Bist du? Hier außen, hinter der Kiste. Der ist keine Engel für mich. Der Daryl... Warte, 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 ich hab's gleich... Oh. Oh. Außen, hinter der Kiste. Oh, fuck man. Der ist der andere, der ist der Captain inzwischen. Oh. Ich kann nur noch was suchen. Hinter dir ist noch einer. Warte mal, ich komm zu dir. Oh, da, 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 da. Ah, da kommt einer auf dich zu. Vor dir. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich hab... Ich muss nur kurz... ... mich heilen. Mhm. So, wenn ich dir nicht lang... So. Das geht gar nicht. Oh nein. Ich kann dich nicht heilen, solange der auf mich schießt. Ja, ich bin tot. Ich bin raus. Nein, warte, nein, nein, nicht raus, nicht raus, nicht raus. Achso. Warte, ich bin noch wo. Dass du mich jetzt ganz sitzt, triffst du mich nicht. Der eine, der vor mir saß, hat mir die ganze... Ah, so, super, danke dir. Hat sie wiederbelebt, das ist doch mal super. Danke dir. Kein Problem. Da hinten ist ein Gelber. Ja, naja, wieso? Warte mal, wie... Sonst kann ich Nathan da reinschießen. Ich hab doch ne Idee. Was? Ich wechsle mal auf Pumpe. Die Snipers gegen den jetzt nichts so... Ah, scheiße. Da hab ich grad gerne mehr, oder? Er ist tot. Ja. Die Drohne, ich liebe diese Drohne ohne Ritz. Die lenkt sich so dermaßen ab. So geht es mir mit meinem Geschiss auch, aber die Drohne hat halt den Vorteil, dass es immobil ist, ja. Nach vorne. Boah. Er will sich verstecken und ich komme dahinter mit der Schrohne drauf. So, hallo. Bam. Yeah, ein Fähigkeitspunkt. Sehr schön. Ich habe eine Videosequenz, ich kann mich nicht nur seine Videosequenz anschauen. Wieso? Wodurch? Zu den True Suns DC Sammler-Objekte, damit es gefunktes Bild macht. Ja, sicher. Der Fortschritt oder wo? Nee, hä? Ja, Fortschritt. Fortschritt und dann? Wir müssen bleiben in dem Truck. Hey, was? Warum denn setzt du das? Wir verschwenden keine Vorräte mehr an diese Leute. Mal los Private, Sir. Was zum Teufel machen Sie keine? Diese Leute sind schon zum Doktor. Sind Sie verrückt? Sie brauchen Hilfe. Entschuldigung. Und was ist mit dem Stab? Kollateralschaden. Und nehmen Sie Ihre Hand von meinem Soldaten. Wenn Sie nicht damit aufhören, werde ich Sie melden. Was zum Teufel machen Sie nicht? 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 Tore für Regen, Sergeant. Wie aus als gäbe es hier einen Aufstand. Wir können uns laden! Schlagen Sie ihn nieder. Oh Mann. Die Anführer. Du musst auf Fortschritt. Und dann kommt die See-Sammelobjekte. Und dann kommt die gefundenes Müllmaterial. Schau ich mich gerade an. Hast du auch die Helmkamera angeschaut? Ja. Die schaue ich mir jetzt mal. Okay. Ist ja am Hafen. Das sieht ja geil aus. Fiese Sache. Die andere wo du am Boden liegst bei der Helmkamera ist ja geil. Ich frage mich aber, sind die so überqualifiziert gut oder sind die einfach solche Nieten? Sowohl als auch. Das eine schließt dir das andere nicht aus. So. Dann können wir jetzt halt einfach mal hier schauen. Haben wir hier noch irgendwas zu erledigen? Hier vorne sind bestimmt irgendwo noch Kisten. Bestimmt. Ich habe jetzt hier einiges freigeschaltet, glaube ich. Mit Hafen, die ich wieder nicht brauche. Ah stimmt. Warte mal. Du sagst was Gutes. Ich habe hier eine Kiste vom Level ab. Und öffnen. Ka-ching. Oh ne neue, ne neue Sniper. Du musst das einiges Gebiet verlassen, ja? Ja zwei Sekunden. Ja zwei Sekunden hast du mir kurz Zeit. Es kommen also sieben Tage. Oh ne, aber ich brauche auch dieses schnellen Laden, das ist wichtiger. So. Wo müssen wir denn raus? Hier vorne. Oh genau. Okay. Ich dachte du wolltest hier noch nach Kisten suchen oder hast du schon? Ne, noch gar nicht. Ich würde nicht, dass hier irgendwelche Kisten rumstehen. Okay, wenn du mal und doch. Ist das hier nicht eine ganz große Sorge? Ne. Die hat so geleuchtet, die schwarze hier in dem ersten. Die hier? Ne. Okay. Okay. Es war im ersten Moment etwas Entfernung zu Hause, okay? Na gut, dann halt nicht. Doch, da hinten ist eine, eine einzige. Aha. Mich wieder wegschicken, um dann den Loot für sich einlein zu holen? Wo? Dahinter in der Ecke. Hier liegt auch noch was. Ich seh jetzt schon die letzte Folge der Outlaw Session. Jo. Dann hab ich doch genug zackt für morgen die Folgen zu schneiden. So schön. Morgen ist bei euch, die das Video jetzt gerade anschauen, einfach vor drei Wochen. Morgen vor drei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.